Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr es vermeiden könnt, dass auf eurem Pudding Haut entsteht. Viele Menschen hassen die Haut auf dem Pudding, doch wie entsteht diese überhaupt? Der Hauptbestandteil von Pudding ist die Milch, welche viel Eiweiß enthält. Durch das Kochen der Milch werden die enthaltenen Eiweißmonoküle gespalten, dadurch verkleben sich diese. Durch das Auskühlen des Puddings an der Luft entsteht dann die sogenannte Milchhaut. Wenn man den Pudding direkt nach dem Kochen mit Zucker bestreut, wird dieser dem Pudding vor Luft und der Milchhaut schützen. Wer keinen zusätzlichen Zucker auf seinem Pudding möchte, kann den Pudding auch einfach mit einer Frischhaltefolie direkt auf der Oberfläche abdecken, bis dieser abgekühlt ist. Wenn ihr den Pudding aber danach stürzen möchtet, ist von dieser Methode abzuraten. Denn durch das Abdecken wird der Pudding eine weichere Konsistenz erhalten und eignet sich daher nicht mehr zum Stürzen. Wenn man keine Frischhaltefolie zur Hand hat, gibt es eine weitere Möglichkeit, und zwar man kann auch einen kleinen flachen Teller direkt auf den Pudding legen, sodass halt auch hier keine Luft direkt an den Pudding ran kann und er keine Haut bilden kann. Probiert es einfach mal aus, schreibt mir in den Kommentaren, wie es funktioniert hat und lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Bis bald!